Hallo, mein Name ist Markus Barth und ich habe unter anderem dieses Buch hier geschrieben, 20.000 Reiseleiter, wenn dich wildfremde Menschen quer durch den Kontinent schicken. Der Hans hat mich jetzt gebeten, mal meine Lieblingsstelle daraus vorzulesen und ich muss zugeben, ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Begriff Lieblingsstelle, aber da ich kürzlich zu meinem Mann gesagt habe, ich hätte tierisch Bock mal wieder Urlaub in Frankreich zu machen, dachte ich mir, ich lese einfach ein Kapitel vor, in dem es hier um Frankreich geht. Kurz zur Erklärung, dieses Buch habe ich geschrieben, nachdem wir vier Monate lang mit unserem Wohnmobil kreuz und quer durch Europa gefahren sind und uns dabei immer wieder Tipps haben geben lassen von meinen Facebook-Followern, wo wir als nächstes hinfahren sollen. Das war die Grundlage für dieses Buch, so ist dieses Buch entstanden und Kapitel 16 möchte ich jetzt vorlesen, das heißt Baguette, Bordeaux und Schweinebeine. Es ist mal Zeit für eine völlig undifferenzierte Frankreich-Lobhudelei. Ich weiß, Frankreich und die Franzosen haben bei vielen Deutschen ein Image, das höchstens noch von vegetarischen Grillwürsten unterboten wird. Ich habe aber noch nie verstanden, warum. Deshalb jetzt Achtung, Italiener, Engländer, Deutsche, alle holt schon mal die Beruhigungstropfen, das wird jetzt hart. Ich halte Frankreich für das landschaftlich abwechslungsreichste Land Europas. Franzosen haben den besten Wein und das beste Essen. Na gut, Italiener, beruhigt euch, es gibt zwei erste Plätze. Sie sind die höflichsten und übrigens auch hundefreundlichsten Menschen, die ich kenne. Wenn sie jetzt noch gute Filme machen würden, würde ich mich glatt einbürgern lassen. Ich mag auch die Lebenseinstellung der Franzosen, diese immer wieder aufblitzende, grundgesunde Scheißegaligkeit. Autos? Überbewertet. Geld für Wohnungseinrichtungen kann man besser in Essen investieren. Und prinzipiell gilt jedes Schild, jedes Verbot, jede in Deutschland unumstößliche Regel ist hier eher so eine Art Verhaltensempfehlung. Ja, aber die Sprache, die sprechen doch alle nur Französisch, höre ich die ersten da rufen. Nerd, Klischee, Buzzer-Alarm, das mag mal gestimmt haben, vor ungefähr 20 Jahren. Als ich mit 15 zum ersten Mal nach Frankreich ging, war die Einstellung der Franzosen tatsächlich, entweder du sprichst unsere Sprache oder du verhungerst halt. Kelle dommage. Seitdem ist viel passiert, also wirklich sehr viel. Ich spreche ganz gut Französisch und werde trotzdem ständig auf Englisch begrüßt. Na gut, was Franzosen halt so Englisch nennen. Falls man mal mit Franzosen über Humor sprechen will, sollte man nicht so begriffsstutzig sein wie ich. Montipiton bedeutet Monty Python. Den Vogel abgeschossen hat jetzt der Besitzer eines südfranzösischen Campingplatzes nahe Salon de Provence. Als wir nach einer zweitägigen Berg- und Talfahrt über die kottischen Alpen zwischen Italien und Frankreich, nochmal großen Respekt an all die Rennfahrer, die wir unterwegs überholt haben und ein herzliches, ihr habt sie nicht mehr alle, und einen Zwischenstopp am Lack des Serres-Poncent spätabends auf seinen Stellplatz rollen, macht er sich gerade die erste Flasche Rotwein auf und wirft den Grill an. Er begrüßt uns erst auf Französisch, dann auf Englisch, Niederländisch und schließlich Deutsch. Wenn sein Hund mir noch, Alter, was geht, entgegenrufen würde, hätte ich kaum blöder schauen können. Ich frage ihn also, warum er Deutsch spreche und er gibt mir folgende Antwort. Taschentücher bereitlegen. Weil ich in der Tourismusindustrie arbeite und weil ich an die europäische Idee glaube. Mein Opa war in Ferdin, mein Onkel ist im Zweiten Weltkrieg gefallen und ich möchte eine Brücke zwischen Franzosen und Deutschen sein, damit so eine Scheiße nicht nochmal passiert. Ich habe ja gesagt, Taschentücher bereitlegen. Dann ergänzt er, außerdem ist mir eure Sprache sehr sympathisch. Da ihr das Verb meist ans Ende des Satzes setzt, muss man bis zum Schluss zuhören, um den Satz zu verstehen. Bei uns kommt das Verb immer nach dem Subjekt, deshalb hört ihr so aufmerksam zu und die Franzosen nicht. Äh, naja, sehr schmeichelhaft, aber ich fürchte, da traut er uns ein bisschen viel zu. Silvia D. schreibt, Hallo Markus, schön, dass du die Franzosen magst. Daran merkt man aber, du hast keine französischen Schwiegereltern. Das ist richtig und an dieser Stelle auch mein Beileid, liebe Silvia. Was wir allerdings haben? Französische Freunde. Stefan ist sogar Patenonkel eines südfranzösischen Kindes, Jean, wegen dem wir jetzt auch in Salon de Provence gelandet sind. Ich liebe die Familie wirklich sehr. Was ich allerdings nie verstehen werde, ist das unsägliche Gewese, dass sie, wie viele Franzosen, ums Essen, um die dazu passenden Getränke und vor allem um die richtige Speisenabfolge machen. Cola trinkt man vorzugsweise gar nicht, wenn dann Cola light und die ist ein Aperitif und nur ein Aperitif. Als ich mal nach einem Glas Cola zum Hauptgang gefragt habe, bekam ich ein relativ unmissverständliches Kopfschütteln und ein Wir sind doch keine Amerikaner zur Antwort. Chips isst man nur zum Aperitif und nicht etwa zum Fernsehen. Obst ist eine Nachspeise. Leberpastete ist eine Vorspeise. Käse ist eine Nachspeise. Nichts davon legt man sich einfach so auf ein Stück Baguette, nur weil man Hunger hat. Rohkost ist eine Vorspeise. Blattsalat ebenfalls. Beides isst man keinesfalls zeitgleich zum Hauptgang. Und apropos, ein Hauptgang ohne Fleisch oder Fisch ist eine Vorspeise. Jemand wie ich, der sich zum Frühstück gerne alles aufs Baguette legt, was der Kühlschrank so hergibt und zur Not auch in das Chips-Schälchen vom Vorabend greift, erntet in dieser Familie Blicke, die man bei uns bekäme, wenn man zu einem gemütlichen Abend mit Freunden zwei Kilo frische Kuttel mitbrächte. Apropos Gastgeschenke. Noch anstrengender wird es nämlich beim Thema Wein. Anfangs habe ich bei unseren Besuchen gerne mal deutschen Riesling verschenkt. Das lasse ich mittlerweile, weil ich gemerkt habe, dass Pierre, der Familienvater, schon gar nicht mehr wusste, in welchem finsteren Kellerloch er unsere Mitbringsel noch verstecken könnte. Beim Thema Getränke hat man hier eine ganz einfache Einstellung. Wein wird nur in Frankreich produziert. Alles andere ist Zeug in dunklen Flaschen. Diesmal bringen wir deshalb einen sehr teuren französischen Rotwein mit, den wir unterwegs in einer Weinhandlung erstanden haben. Wir hätten es einfach lassen sollen. Wir Deutschen kennen nämlich, wenn es nach den Franzosen geht, nicht nur keinen Wein anbauen, wir können ihn noch nicht mal aussuchen. Vor dem Essen hält Marie, die Mutter, unser Gastgeschenk hoch und fragt mit einem bemühtfröhlichen Gesichtsausdruck ihren Mann, wann sollen wir eigentlich den Wein trinken, den Markus und Stefan mitgebracht haben. Pierre's Mine verfinstert sich sofort. Oh, ich weiß nicht, passt der denn zu, ich hatte eigentlich schon zu jedem Gang eine Flasche ausgesucht. Also wegen uns müsst ihr den Wein gar nicht aufmachen, versucht Stefan, die Situation zu entschärfen. Doch, natürlich, wehrt Marie ab und tut so, als wäre das eine völlig absurde Idee und als würde sie nichts lieber tun, als genau diesen Wein genau jetzt zu trinken. Eine schauspielerische Anstrengung, für die sie eher keinen Oscar gewinnen wird, noch nicht mal eine goldene Palme. Ich weiß nur noch nicht, zu welchem Gang. Vielleicht zu der Leberpastete, schlägt Pierre vor. Marie hält die Flasche gegen das Licht. Ah, dafür kramt er mir aber ein bisschen dunkel vor. Wäre denn nicht eher was zum Käse? Pierre reißt die Augen auf. Ein Bordeaux? Um Himmels will, der ist nur was für Fleisch, ganz dunkles Fleisch am besten. Marie lässt die Flasche wieder sinken. So was habe ich gar nicht eingekauft. Ich könnte natürlich noch mal zum Metzger gehen und ein bisschen Rindfleisch kaufen. Wenn wir das dann als Boeuf Bourguignon... Ich kann nicht mehr. Leute, Stöhne, ich mache dir jetzt bitte den verdammten Wein auf und trinkt ihn einfach, sonst esse ich erst die Mousse au Chocolat, dann ein Stückchen Käse, lege mir anschließend eine Scheibe Leberpastete auf die Wassermelone und spüle das Ganze mit einem ordentlichen Schluck Cola runter. Cola mit Zucker. Beide schauen mich mit großen Augen an. Marie hält Jean die Ohren zu. Gerade als ich denke, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu direkt, hält sich Piers Gesicht auf. Er legt mir die Hand auf die Schulter und bricht in schallendes Gelächter aus. Ah, pardon Markus, du hast recht, bei dem Thema sind wir schrecklich. Auch Marie und Stefan lachen mit und ich atme erleichtert auf. Dann packt Pierre unser Gastgeschenk in ein finsteres Kellerloch, öffnet seine eigene Flasche und schenkt uns großzügig ein. Ich gebe es auf. Soweit zu mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Ich hoffe, ihr habt insgesamt Spaß mit dem Buch und ich hoffe vor allem, dass wir bald wieder alle verreisen können werden und uns dann vielleicht auch mal wieder treffen auf der Bühne in einer Buchhandlung, wo auch immer. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.